hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video auf dem kanal und neu ist das richtig stichwort ich habe ja ein brandneues spiel vor mir liegen nämlich kusuka oder kusoka kusuka ist eigentlich der coolere name jedenfalls von pegasus der name kommt daher in der mitte haben wir dieses schöne wort zu denn es geht darum wir sollen aus diesem zoo ausbrechen und das als tier also erstmal ein cooles thema bei tieren bin ich immer dabei und ausbruchsthema ist auch cool vor allem kooperativ was haben wir hier wir haben ein deduktionsspiel ein kurzweiliges welches mit einer sehr eingeschränkten kommunikation daher kommt und mit einem großen glückselement was man ertragen muss obwohl ertragen negativer klingt als ich es wirklich meine es ist etwas was man akzeptieren muss vielleicht ist das das bessere wort wir gehen kurz über das spielmaterial den spielaufbau dann in die regeln und am ende wie es kennt auf die stärken und schwächen ein hinweis von meiner seite pegasus hat mir dieses spiel als rezensionsexemplar zur verfügung gestellt aber ihr werdet sehen ich werde dennoch kritisch auch über dieses spiel sprechen und am ende halt sagen was mir gefällt und wo ich sage wo ich dann halt so probleme sehe oder halt die schwächen des spiels gut legen wir los in der mitte haben wir den spielplan der spielplan ist doppelseitig wir haben diese normale seite und auf der rückseite das erkennt man hier drüben über die den ausbruchsbereich ein hochsicherheits zu heißt einfach noch schwieriger spiel ist aber so schon knackig deshalb empfehle ich euch nehmt erst mal diese grundseite der spielplan ist so aufgebaut dass wir hier einen weg haben dargestellt immer mit soja ich dachte erst es sollen tatzen sein aber es sind teilweise verschiedene sachen wie popcorn etc also jedenfalls diese farbflecke sagen wir es mal so oder sind auch irgendwo tatzen aber halt geprägt durch popcorn etc jedenfalls auf diesem weg und ihr seht immer ein bereich besteht aus einer hintergrundfarbe und dann kommt eine andere ja so dass wir immer einen bereich haben der jeweils aus fünf symbolen besteht und die hinten das ist die ausbruchzone dort sehen wir auch sehr schön noch mal im überblick die sechs farben die wir im spiel haben diese sechs farben finden wir hier in diesem farbstabel die sind ja auch noch mal abgedruckt und jeder spieler hält zu spielbeginn eine übersicht mit der anzahl nämlich das ist wichtig der karten der entsprechenden farbe das heißt wir haben hier sechs mal popcorn im spiel aber elf mal luftballons gut so dass euch das bewusst ist jeder wählt am anfang ein tier beziehungsweise man kann die natürlich auch zufällig verteilen es wird empfohlen am anfang das würde ich euch auch wirklich empfehlen denn manche tiere sind deutlich stärker als andere und besser geeignet für eine entsprechende spielerzahl wenn ihr zu zweit das erste mal spielt den adler zu nehmen und die schlange legen wir also bereit hier kommt der adler hin sagt hier drüben die schlange dazu passen kriegen sie dann diese tierköpfe beim adler bin ich mir ziemlich sicher bei der schlange verhältnismäßig sicher ich finde die teilweise sehr undeutlich zu erkennen ja also wenn ich euch zum beispiel jetzt hier diesen tier kopf hin lege ich meine es ist wahrscheinlich sowieso sehr klein für euch aber egal wie es mache der ist einfach winzig habt keine ahnung wirklich welches tier das so sein soll ist wahrscheinlich das chameleon von der farbe angenommen den elefanten den erkennt man hingegen sehr gut und ihr nehmt ein tier welches jetzt nicht am spiel teilnimmt und legt es auf feld nummer eins beim runden tracker so die anderen tiere die er nicht gewählt habt die können in die box die werdet ihr in dieser partie nicht mehr benötigt dann bereitet ihr den erfahrungsstapel vor der erfahrungsstapel ist so gemacht dass ihr hier immer seht 1 2 3 4 bis halt zu 10 und auf der rückseite seht ihr hier noch mal die erfahrungsstufe und dann wie viele karten ihr pro runde erhaltet und wie viele karten schon offen auslegen hier müsst ihr einfach nur darauf achten je nachdem mit was für einer spielerzeile spielt spielt ihr von ein bis vier spielern dann dreht ihr nur die erste karte um was ja in unserem fall stimmen würde das heißt diese gilt für uns spielen mit fünf leuten dann nehmen die karte umspielen mit sechs leuten dann drehen wir bereits die karte so gut legte also so bereit diese zeigt uns jetzt an dass wir 20 mal farbkarten nehmen und die zwischen den spielern verteilen möglichst gleichmäßig es ist aber nicht schlimm und das tatsächlich bei diesem spiel wirklich so wenn einer aufgrund der vergabe der zahlen eine weniger hat oder beziehungsweise mehr hat als die anderen so jetzt habe ich hier die ganze zeit gequatscht ich denke aber mal das werden schon insgesamt zehn karten gewesen sein genau passt so und die karten hält man jetzt verdeckt die legen wir jetzt erstmal zu uns hin und da komme ich schon auf einen wichtigen punkt hin in diesem spiel herrscht eine stark eingeschränkte kommunikation ihr dürft mit euren mitspielern niemals über die farben auf eurer hand sprechen und ja klar eingeschränkte kommunikation ist natürlich immer ein aufgesetztes ding bei dem spiel ergibt es aber sinn denn sonst funktioniert es einfach nicht so wie es funktionieren soll aber wenn ihr ein spiel sucht in dem viel diskutiert wird also eine hohe spieler interaktion stattfindet in form von kommunikation und absprache dann ist kusuka kein spiel für euch ihr legt hier drüben noch die sogenannten universal werkzeuge bereit ihr seht die haben jede farbe vertreten die sind also ein joker für das spätere spiel das sind sechs stück die liegt er dort an der seite bereit gut dann sind wir auch so gut wie ich starte klar wir brauchen nur noch die erfahrungspunkte nämlich in diesem spiel sammelt man erfahrungspunkte ich lege die mal hier oben hin als pool sind sogar noch ein paar mehr aber das reicht jetzt für unsere zwecke aus und zu guter letzt müsst ihr noch den spiel jetzt gerade wählen nämlich hier steht dann drauf wie viele punkte benötigt ihr um eine neue erfahrungsstufe hier oben frei zu schalten im einfachsten spiel brauchen wir acht erfahrungspunkte ist auf der rückseite das gleiche mittel ist zehn und sehr schwer dann zwölf wir spielen natürlich erst mal auf einfach legen diese karte hier noch aus als erinnerung also wir brauchen von diesen erfahrungspunkten insgesamt acht stück um hier eine neue karte frei zu schalten gut dann beginnt der spieler der zuletzt ein zoo besucht hat und es kann losgehen der hält als symbol den megafon marker legen wir mal hier bereit das spiel ist oder das spielziel ist einfach ihr habt sieben runden zeit symbolisiert durch den tracker aus diesem zoo zu entkommen dabei wie schon gesagt es ist wichtig dass er nie über eure handkarten spielen könnt und jede runde ist in drei phasen eingeteilt die erste phase überspringt ihr in der ersten runde denn effektiv habt ihr das sozusagen schon gemacht nämlich ihr erhaltet die karten aber was macht ihr dann ab der zweiten runde ihr mischt alle gegenstände auch die die auf der hand hatte zusammen mit den neu gewonnenen vielleicht neu gewonnenen universal werkzeugen in einen neuen nachziehstapel zusammen und dabei guckt ihr immer entsprechend der aktuellen erfahrungsstufe die ihr habt gibt die linke seite an wie viele karten ihr verteilt und die rechte seite gibt an wie viele karten offen ausdenken ich zeige euch das mal wenn ihr zum beispiel die erfahrungsstufe zwei freigeschaltet habt jetzt mit zwei drei und vier spielern dann liegt eine karte bereits zu spielbeginn offen das würde heißen wir hätten 21 karten verteilt und eine karte hätten wir hier offen nehmen den stapel gelegt diese farbe gilt sozusagen für alle spieler schon mal zusammen das heißt orange ist eine interessante farbe warum das zeigt sich gleich wenn ich euch die grundregeln erkläre und dann gehen wir in die zweite phase und das ist die kommunikation der tiere jetzt muss man aber gucken eingeschränkte kommunikation nämlich der spieler mit dem megafon beginnt und dann geht es im uhrzeigersinn weiter der hat genau genommen zwei optionen er kann ein seiner tier marke auf dem spielfeld platzieren oder den ausbruchsversuch beenden beziehungsweise es gibt eigentlich noch eine dritte möglichkeit denn jedes der tiere hat hier unten eine spezialfähigkeit gucken wir uns mal die spezialfähigkeiten vom adler an du darfst am anfang deines zuges eine andere person fragen ob sie mindestens x karten einer bestimmten farbe hat für x darfst du eine beliebige zahl deiner wahl einsetzen so das heißt hier wird die eingeschränkte kommunikation ein bisschen überbrückt und die schlange darf du darfst am anfang deines zuges alle deine handkarten verdeckt abwerfen sie danach eine karte weniger als du abgelegt hast vom stapel und nehmen sie auf die hand auch ein sehr mächtiges instrument werden wir gleich sehen warum gehen wir jetzt über in die erste möglichkeit dieser phase nämlich einen ausbruchsplan vorzuschlagen dazu legt ihr ein eurer tierköpfe auf dem weg welchen sinn hat das gucken wir uns mal die karten vom adler an und unser ziel ist es ja irgendwann hier hinten hin zu kommen und dann müssen wir mit allen karten die wir haben diese bedingungen hier erfüllen das heißt wenn wir mit einem marker sozusagen am ende des spiels hier liegen müssen wir sieben rote handkarten haben so wir haben jetzt hier wirklich eine sehr schöne verteilung zweimal brau zweimal lila zweimal rot zweimal gelb einmal grün einmal orange so das heißt wir wollen unseren mitspielern jetzt mitteilen welche farbkombination wir sehr häufig haben dabei ist es wichtig man darf einen tierkopf nur auf ein feld im startbereich liegen also zum spielbeginn nur in diesem bereich und anschließend dann immer nur richtung ausgang liegend beziehungsweise in der nächsten zone aber keine zone überspringen machen wir jetzt einfach mal ein beispiel so der spieler würde jetzt sagen ja rot hat er ja eigentlich ganz gut dabei aber nehmen wir mal einfach hier lila so dort legt er jetzt seinen adlerkopf so dann ist der nächste spieler dran bei zwei personen natürlich überschaubar jetzt gucken wir mal was hat der spieler hier auch eine schöne verteilung hat natürlich viel grün das ist natürlich gar nicht schlecht so und das würde er natürlich gerne aus seinen mitspielern mitteilen so dieser dürfte jetzt hier keine schlange mehr hinlegen denn man muss ja entlang der reihe zum ausgang hin diesen platzieren das heißt wenn er grün anzeigen will zack kann er nur diesen grün nehmen nämlich den darf er nicht nehmen es darf nicht eine zone übersprungen werden so dass der spieler diesen hier entdeckt so dann ist der nächste spieler wieder dran was in unserem fall natürlich wieder der adler ist und der kann ja noch ein paar andere hinweise geben nämlich er hat ja nicht nur lila sondern er hat zum beispiel auch blau und rot das heißt interessant wäre jetzt vor allem für die gruppe um in die nächste zone vorstoßen zu können sagt hier den blauen hinzulegen hätte natürlich auch rot nehmen können aber dann wäre der nächste spieler wieder ein bisschen eingeschränkt gewesen wir wollen ja so weit wie möglich nach vorne kommen ihr seht nämlich wenn wir uns den plan angucken auf den ersten feldern sehen wir nicht diese sternchen diese sternchen sind die erfahrungspunkte desto weiter wir kommen desto mehr erfahrungspunkte legen wir am ende und erhalten wir und wir wissen ja in unserem schwierigkeitsgrad heißt es wir brauchen acht erfahrungspunkte um weiterzukommen das heißt um jetzt direkt nächste runde die nächste karte freizuschalten müssen wir sozusagen mindestens hier bis zu diesem feld kommen auf den anfangsfeldern gibt es zumindest keine erfahrungspunkte es gibt aber noch was anderes da kommen wir aber gleich bei der auswertung dazu so wir gucken jetzt noch mal bei unserem mitspieler auf die karten und überlegen ja was können wir dem mitspieler denn noch für einen tipp geben und wir können ja eigentlich noch sagen guck mal lila haben wir auch ein bisschen was da das heißt wir legen noch ein tier kopf dort die zahlen in der mitte das ist unser ziel wert diesen müssen wir am ende erfüllen das heißt wir können nicht unendlich bis hoch gehen denn wir werden vor allem in der ersten runde keine sieben grünen kartennamen ist zumindest sehr unwahrscheinlich so das heißt der spieler der jetzt hier der art war ist muss nur überlegen okay blau wäre jetzt ja noch eine option die blau hat er schon gemacht rot wäre noch eine option und bei rot sieht sie eigentlich gar nicht so schlecht aus wir müssen aber berücksichtigen zack von rot gibt es auch insgesamt nur sieben karten aber er sagt jetzt okay den hinweis geben wir hier noch mit raus so und dann guckt hier unser anderer spieler noch mal sagt schwierig ne also seine anderen sehen nicht so aus das heißt er geht noch mal auf grün um sein mitspieler mal mitzuteilen okay grün habe ich tatsächlich sehr stark so ihr seht es ein schnelles hin und her grün hat er nicht so viel so jetzt könnt ihr irgendwann im spiel sagen oder ein spieler kann sagen okay ich breche den ausbruchs versuch für die ganze gruppe ab das bedeutet der spieler hört auf sagt er spielt keine weitere karte er bricht ab würde das megafon erhalten in unserem fall ist es der spieler der das megafon auch schon hatte er hält es also in dem moment und dann gehen wir über in phase drei nämlich der auswertung nur noch ganz kurz und diese phase noch mal so ein bisschen zusammenzufassen es ist so ein mix aus einer deduktion natürlich zu erahnen was haben die anderen anhand der informationen die wir erhalten haben also der adler kann auf jeden fall der schlange entnehmen dass dieser wahrscheinlich viel grüner der zweimal bei grün platziert um das unmissverständlich zu machen und der adler hingegen hat drei verschiedene farben platziert so dass der andere spieler denken okay von denen wird er einige haben das heißt wir setzen wir senden uns ja verdeckte nachrichten wenn wir mit mehr spielern spielen das kann ich ja gleich mit andeuten an ist da natürlich noch viel mehr leben in der bude denn die karten sind natürlich noch mehr verteilt denn ihr habt die 20 karten hier dann halt auch drei beziehungsweise vier spieler verteilt und dort sind diese informationen noch reichhaltiger finde ich und ausgeglich in einer gewissen weise als bei zwei spielern deshalb ich würde auch sagen die stärke liegt dann beim spiel wirklich so drei aber vier ist eigentlich schon eine schöne zahl und es funktioniert auch sehr schön mit fünf und sechs gut ist diese phase abgeschlossen also hat ein spieler hier aufgehört und es ist ja auch so ein gewisses push your luck nämlich wie viel glück haben wir denn am ende wie die karten verteilt sind dann endet die runde mit der auswertung so jetzt werden alle handkarten die ihr habt offen hingelegt und man guckt auf das letzte symbol wo ein tier liegt nur diese farbe ist interessant das in unserem fall grün wir haben jetzt hier eine grüne karte die dieser spieler hier mit geben kann und hier sind es drei so alle anderen farben sind irrelevant nur die farbe von dem tier welches das letzte in der reihe ist so unser ziel wert war hier fünf wenn wir diesen erfüllt hätten tun wir mal so eine grüne karte genau wenn wir diesen erfüllt oder noch besser noch deutlicher erfüllt oder über erfüllt hätten dann würden wir die oben angezeigten erfahrungspunkte erhalten und würden die uns zur seite legen tun wir jetzt einfach mal so dass wir es geschafft hätten so hätten wir es exakt erfüllt da gibt es eine extra belohnung für dann würden wir ein universal werkzeug bekommen welches wir dann gleich zukünftig für die nächste runde mit einmischen werden also auch sehr gut wenn wir es schaffen exakt auf den punkt das zu erfüllen dabei ist wichtig wenn ihr das universal werkzeug erhaltet das erhaltet ihr zusätzlich also ihr habt zum einen erhaltet die erfahrungspunkte plus wenn ihr exakt die zahl hat also genau fünf grüne karten in unserem beispiel dann erhaltet ihr das universal werkzeug dazu in unserem fall war es ja eigentlich so dass wir es nicht erfüllt hatten werden ja nur vier grüne karten eigentlich dann erhalten wir gar nichts keine erfahrungspunkte kein universal werkzeug und ihr könnt dann fast gleich übergehen in die nächste runde ihr könnt immer am ende entscheiden ob er erfahrungspunkte ausgibt um aufzuleveln wäre jetzt in unserem fall wenn wir jetzt sagen würden wir hätten das hier geschafft sowieso nicht möglich dem nicht nämlich wir haben ja wir brauchen ja acht haben aber nur sechs so dass wir das diese runde nicht umsetzen können ja zum runden ende geht der tracker um ein feld nach vorne und dann geht es über in die nächste runde und dort fangt ihr dann mit dieser phase 1 an das heißt ihr nehmt alle karten die hier auch in verwendung waren plus gegebenenfalls freigeschaltete universal werkzeuge packt die zusammen möchte gibt die anzahl an karten aus die ihr hier habt beziehungsweise guckt dann ob es noch welche per se offen hingelegt werden bei vier und fünf spieler und fangt also bei fünf spieler entschuldigung fangt ihr ja schon mit einer offenen karte an bei sechs spielern habt ihr 22 karten und zwei offene karten bereits zu spiel beginnen und das berücksichtigt ihr einfach und dann habt ihr die nächste runde vorbereitet und das spiel geht so lange bis sie es schafft irgendwann in phase 2 einen tier marker hier hinten zu platzieren und dann natürlich die bedingung dafür das heißt sieben rote karten und ihr seht wenn wir hier unten mal bei den karten gucken zum beispiel hier oben sieben gelbe es gibt aber nur sechs gelbe das heißt ihr braucht um diese bedingungen zu erfüllen unbedingt die universal werkzeuge angenommen ihr werdet in stufe 10 was wirklich schwer ist das zu schaffen dann hättet ihr 28 karten und sechs offene ausliegen von einem gesamt pool von 51 karten das bedeutet selbst dann habt ihr hier einen pool von 34 karten von den 51 das heißt ihr habt selbst dann nicht alle farbkarten mit drin also ihr müsst schon wirklich glück haben dass er dann auch die sieben dort oben mit erfüllt aber zum glücks aspekt werde ich gleich noch etwas sagen also das müsst ihr schaffen innerhalb von sieben runden dort hinten auf die ausbruchsleiste zu kommen und dann die bedingungen dort zu erfüllen dann ist der ausbruch gelungen das könnte theoretisch schon runde eins machen aber ihr seht anhand der zahlen ist das sehr unwahrscheinlich das zu schaffen wenn ihr das in den sieben runden nicht schafft dann habt ihr das spiel verloren und ihr seid nicht aus dem zoo entkommen ja ihr könnt das ein bisschen schwieriger machen hat ich am anfang schon gesagt indem ihr den plan umdreht und dann auf der rückseite diesen hochsicherheits so macht macht das wirklich erst wenn ihr einige partien gewonnen habt das macht die sache schon deutlich schwer wir haben das jetzt zweimal versucht und das haut noch mal deutlicher rein weil er da eigentlich nur noch hinten mit jokern mit diesen universal werkzeugen reinkommt und das muss dann schon wirklich deutlich passen gut ja ein tipp von mir noch am spielende bevor wir jetzt in das review übergehen ganz wichtig ist nutzt die fähigkeiten eurer charaktere die sie haben einmal pro runde könnte sie nutzen steht eigentlich sehr genau drauf ihr könnt am anfang wenn ihr euch mit dem spiel so ein bisschen auseinandersetzt die rückseite der regeln euch angucken dort habt ihr eine übersicht zu all den tieren auch noch mal die hinweise zum beispiel die robbe dürfte nur im spiel zu viert fünft oder sechst verwenden ja also es gibt bestimmte regeln die er dort noch mit berücksichtigen muss und das braucht ihr aber auch um halt hier wirklich eine chance zu haben gut das waren die regeln gehen wir über zu den stärken und schwächen die ich bei kusuka sehe legen wir wie gewohnt mit den stärken los schön ist natürlich das spiel ist im kern sprachneutral ja wir haben die charaktere wo natürlich text drauf ist das spiel kommt in einer englischen und deutschen version das heißt ihr habt dann auch die ganzen charaktere mit englischen karten wenn ihr das spielen wollt aber das ist der einzige sprach aspekt den ihr habt ihr habt eine deutsche anleitung englische anleitung aber das spielmaterial ist im großen und ganzen ja sprachneutral wie ihr seht mit über zahlen funktioniert das und ja die fähigkeiten kann man auch gegebenenfalls übersetzen sind einfache und klare regel also man lernt schnell wie das spiel gespielt wird und es wirkt erstmal grundsätzlich simpel es ist aber ziemlich schwer am anfang hat man so gedacht also war mein gedanke als ich damit angefangen habe das zu spielen dass ich eigentlich ja total simpel ist bis nach hinten durch zu gehen aber hier müssen natürlich auch die bedingungen und die karten erfüllen da ist natürlich ein glückselement sehr wichtig da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen aber hier kann man schon mal sagen seid ihr fans von so spielen die auch ein recht großes glückselement haben dann ist das wirklich ein interessanter titel für euch seid ihr da weniger fans von dann komme ich gleich bei meinen schwächen noch mal genauer darauf zu sprechen insgesamt habe ich das spiel jetzt 13 mal gespielt in den konstellationen zwei spieler bis zu fünf spieler und insgesamt muss ich sagen es ist ein schönes spiel vor allem finde ich ab vier bis fünf zu dritt funktioniert auch ganz gut zu zweit finde ich entwickelt es nicht den charme den es wahrscheinlich haben sollte also ist für mich wirklich so ein sweet spot vier und fünf spieler zu sechs habe ich noch nicht probiert kann es mir aber sehr gut vorstellen dass das auch gut funktionieren wird es ist auch schön dass wir hier mal ein deduktions spiel haben ohne worterklärung da haben wir ganz viele wie just one oder so clever also spiele wo man hat ein wort sagt oder wirre worte was ja jetzt zuletzt rausgekommen ist oder muse renaissance wo man wort sagt und die anderen dann assoziieren müssen das haben wir hier nicht wir haben ein spiel mit stark eingeschränkter kommunikation und das schöne ist auch hier wir sehen eine deutliche progression also ein lerneffekt bei den spielern desto öfter man das spiel spielt miteinander spielt denn man erkennt okay wie andere leute so denken deshalb empfehle ich euch wenn die erste runde nicht so gut lief wie ihr vielleicht dachtet egal mit welcher runde ich gespielt habe in der ersten runde was nie gewonnen probiert unbedingt noch mal das spiel muss häufiger gespielt werden damit ihr wirklich eine chance habt hier zu gewinnen grundsätzlich von den regeln ist es auch ein kindgerechtes spiel gerade mit den farben das jüngste kind mit dem ich jetzt gespielt habe war am wochenende neun jahre alt und das hat problemlos funktioniert es steht auf der box ab acht mit erwachsenen zusammen und wenn sie so ein bisschen auch lernen wie wie die erwachsenen das mitspielen sind kinder da eine absolute bereicherung in dem spiel denen fällt es manchmal nur ein bisschen schwerer wirklich die kommunikation absolut einzuschränken aber da fallen mir auch genug erwachsene ein jeder ihre probleme haben in den regeln steht aber auch macht das für euch aus wie viel kommunikation ihr wirklich zulassen wollt und ich denke das ist auch der richtige weg insgesamt auch noch mal so zusammenfassend was eine stärke ist wir haben eine schnelle runde wenig downtime es geht wirklich ziemlich flott weil man natürlich nicht so grübel anfällig ist wie bei anderen deduktions spielen wo es verschiedene optionen gibt verschiedene wörter was man sich in kreativität die kreativität brauche ich hier nicht hier muss ich gut meine mitspieler einschätzen können und auswerten können was an informationen dort ausliegt da das aber nicht offen groß diskutiert wird und werden sollte gehen diese züge wirklich schnell von der hand so kommen wir über zu den schwächen nämlich bei all der taktik bei all den überlegungen die wir hier treffen müssen ist das spiel am ende schon sehr glücksabhängig also hat kein geringes glückselement so habe ich mir das hier notiert und damit muss man leben können ich habe freunde die sowas nicht mögen und mit denen brauche ich dieses spiel nicht spielen ja es ist aber auch jetzt nicht so dass es eine totale zufälligkeit ist aber ihr seht ihr anhand der karten jetzt gerade am anfang haben wir 20 karten gehabt von diesen 51 und da dann bestimmten pool zu haben man hat dieses push your luck element hier mit drin wie weit geht man wie wie doll will man das überreizt man hat die wahrscheinlichkeiten indem man guckt wie sind die farben gezielt verteilt das funktioniert alles sehr schön und gibt auch alles seinen sinn aber wie sagt bei all der taktik bei den überlegungen wenn die karten am ende gerade in den letzten runden einfach nicht so gut zusammenpassen oder einfach zu sehr verteilt sind ja und die die paare oder wir brauchen ja immer mehrere von von der sorte einfach nicht so in der auslage sind haben wir halt wenig optionen wenn ich gerade die bestimmten charaktere dabei sind wie zum beispiel die schlange die ihr halt so ein komplettes reset noch mal für sich machen kann zwar mit einer karte weniger aber wenn sie halt nur verteilt hat und maximal zwei karten von einer farbe ist das für die schlange eine gute option aber das hängt davon ab welche charaktere ihr mit dabei habt dann muss ich sagen das art work holt mich nicht so sehr ab man sieht irgendwo ja es soll ein zoo sein ist so ein bisschen abstrakt sie sagen auch am anfang dass dieser name kusuka von einem afrikanischen und von afrikanischen sprache in ostafrika swahili wenn ich das richtig ausspreche kommt und dadurch auch so eine bedeutung hat und man ja also aber das eine persönliche meinung ich mich holt das art work nicht so sehr ab die box finde ich eigentlich ganz schick obwohl man da auch schon dieses grund design sieht ja und dann würde ich noch sagen es ist kein deduktionsspiel für zwei personen finde ich wie sagt wenn mit mehr leuten dann kommt dieser reiz auch aus dieser überlegung es legen auch mehr tier meeple einfach auf dem tisch weil jeder natürlich auch bestimmte sachen mitzuteilen hat und gefühlt muss ich auch sagen kommt man teilweise auch weiter weil natürlich die zonen leichter übersprungen werden können ja also deshalb finde ich zu viert wie sagt da da liegt der sweet spot zu zweit würde ich nicht empfehlen da würde ich andere deduktionsspiele empfehlen wie zum beispiel muse renaissance das ist eines der wenigen deduktionsspiele was mir nicht einfällt was wirklich gut zu zweit funktioniert also wenn ihr ein spiel nur für zwei sucht dann würde ich es eher auch nicht empfehlen so komme ich zum fazit es ist definitiv keine revolution auf den deduktionsmarkt aber mit diesen farben es ist ein vielleicht so schulkind gerechtes deduktionsspiel geworden mit so einem individuellen pusherlack element individuell meine ich weil jeder ja selber entscheiden muss okay wie weit wollen wir denn jetzt gehen was denke ich was sind die informationen die mir meine mitspieler gegeben haben und dieses element muss man oder kann man hier wieder finden aber man muss es akzeptieren dass es mit einem doch signifikanten glückseffekt daher kommt wenn man das alles akzeptieren kann dann ist kusuka wirklich eine empfehlung für euch auch wenn ihr gerade kinder habt so in diesem alter ist das ein schönes spiel um gerade mal so an diese deduktionsspiele mit eingeschränkter kommunikation heranzuführen ja das waren meine gedanken zum spiel schreibt mir gerne eure in die kommentare auch wenn ihr wieder empfehlung habt über ähnliche spiele für kinder oder halt auch für erwachsene gerne her damit mit diesen informationen das spiel wird sehr wahrscheinlich auf der spiel verfügbar sein so dass ich dort euch holen könnt ihr könnt aber auch schon in einschlägen online shops bestellen das habe ich jetzt bei meiner suche auch schon gesehen sind wir rund bei 30 euro uvp für das ganze paket ja in dem sinne wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis zum nächsten mal ciao